Haben Sie auch schon mal von einer vollständig automatischen Golfanlage geträumt? Mit den Mährobotern und Ballpickern von Echo ist das jetzt möglich. Der Turfmaster und der Rangepicker sind die perfekte Kombination, um diesen Traum für Greenkeeper wahr werden zu lassen. Dies ist eine umweltfreundliche Anlage und wir versuchen so weit wie möglich umweltfreundliche Methoden einzusetzen. Die Grünflächen werden fast vollständig biologisch bewirtschaftet. Hier in Naxelay haben wir ein relativ komplettes System, was das Mähen, Balleinsammeln und die Rückgabe an die Spieler angeht. Die Bälle werden von Robotern aufgesammelt, in eine spezielle Grube entleert und durch die Schwerkraft gelangen sie dann zur Ballwaschanlage. Von einem Ablagesystem aus werden die Bälle dann mit einem Gebläse in zwei Spender verteilt. Dort füllt der Spieler die Bälle in einen Eimer und kann dann spielen. Wir prüfen lediglich, dass die Maschinen vor dem Wochenende voll sind. Diese Maschinen sind vollständig autonom und arbeiten perfekt zusammen. Wir sind hier sehr effizient geworden, denn wir verbringen so gut wie keine Arbeitszeit auf dem Golfplatz. Wir sehen nur nach, ob alles in Ordnung ist. Auf diese Weise ist unsere Fläche von nahezu 9 Hektar immer sauber gemäht, ohne dass wir auch nur einen Finger rühren müssen. Im Vergleich zum dreimaligen Mähen mit einem Spindelmäher. Manchmal mähen wir bis zu 10 Mal pro Woche, da die Roboter praktisch rund um die Uhr mähen. Wir haben die Schnitthöhe auf Fairway-Länge verringert. Die Fläche wird regelmäßig gemölcht. Dies ist ebenfalls ein Plus für biologische Bewirtschaftung. So wird dem Boden auch gleich Dünger zurückgeführt. Die mit den Robotern gemähten Flächen überleben trockene Stellen am besten. Der Golfplatz wird bereits trainiert. Wir haben versucht, die Anzahl an Bäumen auf und um den Golfplatz so gering wie möglich zu halten. Und wir haben auch einige Änderungen vorgenommen, insbesondere was die Ziele für Profis angeht, sodass die Mähroboter diese erkennen und darunter durchfahren. So sieht das mit den Robotern aus. Sie sind viel leichter, vergraben die Bälle nicht, sodass viel weniger verloren gehen. Die Ballpicker kehren ohne festen Plan zurück, somit haben wir keine Markierung. Ein Ballpicker ist schwerer, wenn er voll zurückkommt und auf diese Weise begrenzt dieses System Beschädigungen des Golfplatzes. Mitarbeiter können anderen Aufgaben zugeteilt werden, da der Golfplatz weniger Arbeitskraft benötigt. Die Grünfläche wird häufiger und rund um die Uhr gemäht. Und die Bälle werden rund um die Uhr eingesammelt. Alles vollkommen leise. Es gibt Hotelzimmer mit Blick zum Golfplatz, aber die Roboter stören die Gäste keineswegs. Der Golfplatz ist jederzeit geöffnet. Er muss nicht mehr zum Aufsammeln der Bälle geschlossen werden, denn die Spieler werden nicht mehr durch Personen behindert. Wir sind begeistert. Wir sind glücklich mit dieser Wahl. Und jetzt haben wir eine Kombination, die für uns perfekt und effizient ist.